Jo Leute, was geht? So, hier ist ein kleines Ankündigungsvideo für den Stream. Also heute Abend gegen, äh, weiß ich noch gar nicht wann, also werde ich euch dann auch noch Bescheid sagen. Auf jeden Fall. Ähm, kommt der Stream, zumindest jetzt gleich, also schon gegen, also jetzt gerade um 16.26 ist es gerade, äh, beginne ich gleich den Stream auf Twitch, ähm, Name ist in der Videobeschreibung, also Leute, dann haut da rein, ich erwarte euch, tschüss.